und auch da die große namen von der partie zunächst aber ein kleiner schwenk noch zum diskus wolfgang schmidt der ja auch ein enttäuschter ist der sauer war dass er nicht dominiert wurde vom dlv für olympia und er will jetzt revanchieren und dann hat ausgerechnet der mann mit dem man sich doch anliegt in den vergangenen jahren hat ausgerechnet der mann gewonnen ein I'll be back.